In diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie man Formen zusammenführt. Dazu schauen wir erstmal, dass wir hier eine Oberfläche haben, wo keine störenden Textfelder drin sind. Also hier bei dem Layout auf Leerstellen. Und jetzt fange ich einfach mal an, Formen hier einzuführen. Wir wollen eine kleine Wolke erstellen. Dazu nehme ich jetzt einfach erstmal ein Rechteck her. Ich ziehe das hier so auf. Dann brauche ich noch ein paar Kreise. Das machen wir dann hier so. Und dann kann ich das mit Kopieren einfügen. Weiterbauen. So. Ja. Eine Form kennt ihr ja schon. Unter Formformat kann man das Ganze gruppieren. Allerdings bleiben da die einzelnen Objekte erhalten. Ich muss dann also die Linien wegformatieren, damit es eine einheitliche Oberfläche gibt. Es gibt aber hier auch noch eine andere Möglichkeit. Ich hebe die Kopierung mal wieder auf. Wichtig ist, es muss alles markiert sein. Unter Formformat gibt es hier dann die Funktion Formen zusammenführen. Und zwar mit verschiedenen Möglichkeiten. Einmal auf Vereinigen. Und jetzt sehe ich, ich habe hier nur noch ein Objekt. Und das kann ich dann in ein anderes Programm rüberkopieren. Und kann es auch entsprechend noch in der Größe verändern und anpassen. Und natürlich auch mit entsprechenden Füllfarben neu formatieren. Eine andere Möglichkeit. Ich mache mal ein kleines Puzzleteil. Dazu brauche ich wieder Kreise einfügen. So. Einmal so. Und das Ganze noch dreimal an jeder Ecke. So. Ich möchte dann die zwei hier miteinander verbunden haben. Ich mache das mit der Steuerungstaste. Also ein Objekt anklicken. Steuerungstaste gedrückt halten vorher. Und dann die anderen Objekte, die dabei sein sollen. Hier ziehe ich jetzt keinen Rahmen drum auf. Und hier sage ich Vereinigen. Jetzt sind also diese drei Objekte, Rechteck, zwei Kreise schon mal miteinander verbunden. Jetzt drücke ich wieder die Steuerungstaste und markiere noch dieses, dieses Objekt. Und diesmal sage ich aber Subtrahieren. Und fertig ist mein Puzzleteil. So. Schauen wir mal, was wir noch machen können. Ich möchte jetzt ein kleines Haus bauen. Wir haben hier erstmal eine Wand. Wieder einfügen. Dreieck. So. Dann haben wir ein Dach. Und dann machen wir noch einen Kamin hin. Und jetzt kann ich schon mal folgendes machen. Also erstes Objekt markieren. Steuerungstaste gedrückt halten. Das Dach markieren. Dann gehe ich wieder auf Formformat. Und auf Vereinigen. So. Ich schiebe das mal ein bisschen weiter rauf. Jetzt möchte ich in das Haus noch eine Türe haben. Und ein Fenster. Das heißt, ich mache hier das Fenster rein. Und nochmal die Türe hier. So. Hier wieder alle Objekte markieren. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das hier machen. Hier haben wir nämlich mehrere Möglichkeiten. Bei Subtrahieren hat es jetzt gerade nicht funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, kann es sein, dass man hier so ein bisschen ins Objekt reinschieben muss. Also ich markiere hier nochmal das Rechteck, die zwei Fenster und Tür. Und dann probieren wir es nochmal mit Subtrahieren. Jetzt hat es geklappt. Man hätte auch auf Folgendes machen können. Ich mache das nochmal rückgängig. Und unter Formformat in Einzelteile zerlegen. So. Und dann könnte man hier die Elemente anklicken. Entfernen. Und jetzt ist es einfach. Jetzt muss ich nur noch diese zwei markieren entsprechend. Und dann sage ich Vereinigen. Jetzt habe ich ein Objekt. Das ist dieses Haus hier. Machen wir noch eine Möglichkeit. Und zwar, ich füge jetzt erstmal einfach nur so ein Rechteck ein. Und dann nochmal ein Textfeld. Wo haben wir es dann? Textfeld. Und ich schreibe hier auch nur Textfeld rein. Textfeld. Textfeld. Das mache ich dann auch entsprechend groß. Na. Ja. So. Ziehen wir das so in die Mitte. Jetzt markiere ich wieder beide Objekte. Und hier habe ich ebenfalls die Möglichkeit zu sagen, ich kombiniere das Ganze. Wenn ich das mache, dann ist das hier auch durchsichtig. Oder ich mache das Ganze umgekehrt. Ich sage Schnittmenge. So. Und jetzt haben wir auch hier ein Objekt. Und sehe ich auch daran, dass ich zum Beispiel hergehen kann. Und kann hier einen entsprechenden Fülleffekt hier geben. Oder ich kann sogar ein Bild entsprechend hier dahinter legen. Und dann habe ich das Bild hier auf meine Form gelegt. Okay. 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 Vielen Dank.